Metall-Polymer-Verbund? Na, Hauptsache, es schießt. Ich komme, Rose. Ich komme, Rose. Ich komme, Rose. Du Gottverdammte kleine Kackraulake. Du glaubst, du bist mir gewachsen? Gut, dann bin ich wenigstens im Schwung für das Miststück. Lass uns das kriegen. Die echten Männer. Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen. Bringen wir das zu Ende. Ich zertrete dich wie eine Armeise. Mehr. Gib mir mehr. Ich will mehr. Unterschätze nie die Liebe eines Partners. Hör, streng dich an. Zeig mir, was du drauf hast. Hast du Spaß? Du bist der toter Mann. Vermeige dich vor einem Stahlkörper. Ja, dafür bin ich diesen verfluchten Weibwold dann schuldig. Ich töte sie mit der Mord, die sie mir gab. Ein Sohn wie ihr im Buch bestätigt. All die Jahre unter der Fugung dieser Schlacke. Das war nicht leicht, weißt du. Zeig, zertiefen. Die Zeit für Spiele ist vorbei. Das war nicht. Verletzte dich. Zertiefen. Spinch dich, Wunfe, besonders schlau. Nein, nein, meine Metallarmee. Ich bring' diesen verdammten Winter um! Aber erst zu dir! Beeindruckt! Jetzt wird's ernst, Ethan! Letzte Runde! Tja, was denkst du? Aussichtslos hab' ich rei- Aaaaa! Sie sind ... Aufnummer, Ethan Winters! Du hättest meinen Deal annehmen sollen. Du siehst groß in der Räne wieder. Inerst kriege ich mir Wanderer und dann gehöre groß nach mir. Nein, Kraft! Nein! Nein! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss sie töten! Ethan? Was ist passiert? Da waren Explosionen. Feisenberg sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia? Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Miranda. Ja. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein. Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Ah! 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 Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamycid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins! Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus! Und zeig dich! Du feige Stück Scheiße! Keine Sorge, Evelyn! Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamycid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbundenem Blut. Ich musste lange warten, aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Die Zeremonie beendet sein und ich werde die Zeremonie beendet sein. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat das endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. Drei Jahre dauert das Ganze jetzt schon. Drei Jahre zu lang. Wir kriegen Sie was. Themen ist startklar. Die BSA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Alter! K-9, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her, seit unserem letzten Einsatz. Welcher war es noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, fünf Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Hey Alpha, sieh mal. B-S-A-A-A, die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Bio-Waffen Ausschau. Fürstanden. Kontakt mit Gruppe feindlicher Bio-Waffen. Wir sind mehr als wir dachten. Wir sind mehr als wir sagen. Ich halte den Rücken. Westliche Route sicher rücker aus. Bestanden. BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Die ohne ich mehr. Werd nicht übermütig. Was ist das für ein Ding? Das ist alles. Gut damit seht. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Große mutierten Bio-Waffen hinsichtlich. Der Pilz könnte infektiöse Sprung versprühen. Verluste eure Masken. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereit gefeuert der Stattung voran. Der war nicht lang. Verstanden. Hier, Tantra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Ich bin's. Was ist das? Amoreis, ich brauche Hilfe. Von einer Mutomizidkolonne dieser Große habe ich noch nie erlebt. Geh, 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 Geh. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich bin auf Zielpositionen. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markier das Ziel. Alles klar, Boss. Yeah! Mitten rein! Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Oh, oh. Ja. Wir sind fast sehr schluss. Eins muss legen. Um dort einen Moment das Ziel zu erfassen, halte den Laser möglichst lange drauf. Der Pilz breitet sich aus. Jetzt steht das Ding nicht mit euch. Rundenblick. Muss nachladen. Siehkommen. Halt die Ohren raus. Der Pilz. Der Pilz. Der Pilz. Die Pilz. Sagen, die Biobacht haben. Du hattest recht, hier alles auf den D-Legang jetzt hier. Wir sehen. Ich finde den noch. Geht's allen gut an? Sie kommen aus dem Pilz. Es wird einfach keine Ende. Langsam wird's neufig. Funktioniert der Lasermarkierer? Das Glas kann ich über dich sagen. Okay, da unten muss der Negamin zu jetzt halten. Ich hab einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genome-Dietierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Das Zeug stammt von hier. Wir machen den Megaminz hinten, was? Lobo, mir macht hier alle zu schaffen. Ich brauch deine Hilfe. Da ist nur Öffnung in der Decke. Benutz die! Wir machen den Abmeld, kommt rein. Yann! Ich bin jetzt! Nein! Wann? Gibt's? Ja! Bist! 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 Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. So gefällt mir das. Muss nachladen. Warte kurz. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Frage, wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Maudalix gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Da ist er. Der Megamycet. Alpha Anthem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. In zwei Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen der Scheißkaft platt. Nicht, bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr an. Ich gehe rein. Okay. Viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020